Dings der Boomster, was das auch immer ist. Ich habe keine Ahnung. Tun wir auch rein. Diesen Colt-Ring. Kannst du bestimmt irgendwo hin tun. Den Rasierer können wir da rein tun. So, jetzt war hier unbedingt was zu fressen. Ach so. Na komm, wer ist? Gut. Was bringt das jetzt? Okay, oben sind Steine. Ich brauche aber was zu essen. Mhm. Ach komm ey. Nein, nein, nein. Geh doch einfach da hin. Mach's doch. Was bringt das jetzt, was ich da gemacht habe? Wann sie nicht. Ja, ja, ich nehme doch schon. Hier nimm die Bienen. Das ist ein komischer Pick, damit kann ich eine ganze Fläche aber ernten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist gerade neben dem Baum einfach totgegangen. Na ja, keine Ahnung, was ich damit machen kann. Hm, wie fange ich jetzt diese Scheißdinger an? Ähm, ja. Das ist ein Hammer. Nein. Ich hab nen Geist. Nein. Dein und Seil. Oh. Zack. Mal in die Chests. Du musst immer die Sachen raus in den Chests nehmen, wenn du was machen willst. Okay. Mhm. Oh, scheiße. Ich hab schon wieder Hunger. Der Typ geht mir so auf den Zwickel. Ich weiß gar nicht, wie ich Kaninchen fangen soll. Ach komm, ich kann ein Speer bauen jetzt. Ja. Meinst du bei den Kaninchen hilft eine normale Falle? Also nicht. Attacke. Aber du kannst eigentlich so ein Netz fein bauen. Beutin dafür. Ah, cool. Zack. Ne Falle gebaut. Ach, da war ich... Boah, dieser Geist da folgt mich ja immer noch ab. Schwuler Geist. Ja, ne? Kacken. Hey, warte mal. Wenn ich das Ding jetzt ausgrabe, wenn ich erstmal ne Schaufel gemacht hab wieder... ...wür ich keine Sticks hab mehr. Tolle Scheiße. Geist bleibt da oben. Ich will nicht, dass du hierhin kommst. Zack. Boah, das fängt dann zu regnen gerade bei mir wieder. Ist der gar zu dumm, das zu setzen? Warum? Ah, ich hab Hunger. Fuck. Hm, nicht nur do. Los, geh rein. Geh rein in meine Falle. Ach, toll. War nicht geklappt. Ich hab echt Hunger. Ich glaub ich verreckt am Hoch an Hunger. Hm. Da sind Seeds, da sind Seeds. Oh, komm her damit. Hey damit, hey damit, hey damit. Ich halt mich jetzt auch noch mal kurz vor knapp. Ich kann nicht voll essen, weil ich nix zum Essen habe. Oh, ey. Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Also noch mehr. Du musst über die Vögel wegscheuchen. Warum? Dann lassen die Seeds rein. Wie wir essen kannst. Okay. Komm, fang den haben, fang den haben. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn. Wie hast du den jetzt gefangen? Mit der Falle. Achso, ist der einfach da reingelaufen oder was? Einfach hinge... Ja, klar. Achso, okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich brauche mir gleich eine. Oh, da sind Seeds. Jawoll. Komm, komm. Da geh ich auch wieder rein. Komm, rein. Und ich hab ihn. 2 Stück jetzt. Muss ich jetzt mal braten, die beiden. Was braucht der denn noch? Achso, ist bestimmt diese komischen Dinger hier, ne? Weiß mal, muss ich mal Lagerfeuer wieder anmachen. Bei der Regen, ne? Na, der braucht die Dumm. So auf den Sack. So. Oh, Maschum. Ich glaub den ess ich jetzt einfach. Der, der Blitz ist echt in den Blitzerbleiter eingeschlagen. Ey, sag mir mal was das untere ist. Was? Das Gehirn oder was das da stellen soll. Ich hab keine Ahnung wofür das ist. Das musst du ja auch irgendwie steigern können. Oder muss ich irgendwie steigern können. Oh ich bin... Nein, 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 nein. Ich hab nicht dran gedacht. Wo dran? Hm? Ich sterb gleich einfach nur ohne Grund. Aha. Ich geh drauf. Oh, ey. Bin ich fast verregt. Ja, ach komm ey. Fick dich. Direkt schon wieder? Ja, weil ich einfach keinen Platz mehr im Inventar hatte. Nix mehr. ist doch zum kotzen ja komm als maul ich hab mal fünf stunden eher gespielt hätte ich mal einfach mal nein ich spiele auch so zehn minuten und freck sofort wieder zum kotzen das ist das erste was ich mache wenn das wieder tag wird ein ganz ja nur mit stroh und nix machen um das auch so ein gut ey wie kannst du einfach nur so umspacken ohne witz manchmal das ist zum kotzen meine falle hält noch wie lange 75 prozent hat ihn noch das sind sticks kann ich nur noch eine bauen wenn ich lust hätte ich glaube der blitzableiter gibt auch licht ab weil der blitz eingeschlagen ist ne doch nicht sah nur so aus weil trutaner ist ja einfach total kannst du mir mal erzählen warum der weg geflackert hat der blitzableiter weiß ich nicht vielleicht weil der blitz eingeschlagen ist ich finde einfach mal so in der gegend einfach eine spitzhacke und ein skelett was einfach im boden drin steckt ok lockt zu heat was ist das denn ok der ausnahm ne dreienprozentige oh man ey gar ne spitzhacke umsonst was ist der tag juhu was reicht denn fürs große zwei raus boah ich muss wieder was essen stein warte mal kann man die falle nicht platzieren ähm platzieren ach ich hab keine zies toll ich wollte die platzieren und dann ähm glitz rein tun also Graswechsel nach hab ich grad ein mhm hab ich auch schon gesehen und Büsche wachsen auch nach mhm beim platz hab ich jetzt schon gefunden aber ich muss erst wieder überleben weil der ist gar nicht schlecht da sind viele halt Kaninchen und auch im Hintergrund ist viel los mhm wo viel Gras ist und sowas ja weil du hättiges dreckst wie du rötst da rein ja und jetzt jetzt oh gefangen hier ich kann nicht gehen so da ist noch einer nur ja jetzt mal weg ja nun bis hin und dann rein damit ja ach das fieste mich verarschen ist wie ich bin schade dass man einfach nicht sein lager behält oder sowas nee das ist aber glaube ich extra so ja das wäre aber lustig gewesen dann ärgert man sich ein gewisses Jahr zu Tode ich hab mal unter der Falle das gesetzt ich bin der Mann und die Fuge gehen da rein und du fängst die oder auch nicht ich weiß es nicht also du musst unter einer Kaninchenfalle und musst du in eine Karotte oder kannst du einfach reinloggen du kannst die auch einfach so reinloggen ich bin grad gestorben ja brauchst du einfach nur bei denen vor der Hütte sitzen ne ich bin grad gestorben ne ernsthaft jawoll ist das herrlich also noch mal nach vorne scheiß so gleich zwei Fackel machen hier und jetzt hast du das neue Welt generieren Leute ja super weißt du du hast ja noch so viel mehr als ich ja hatte ich auch als zwei Autotyp jetzt weißt du wie ich mich grad freue ja glaub ich dir ich bin schon dreimal gestorben hallo das erste mal gestorben hallo das gefällt mir eigentlich hier ist viel los aber keine Steine noch nicht ich hast ein Totangrad gekommen du 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 ich will das jetzt was gesehen wie viele Erfahrungspunkte du bekommen hast ordentlich ich kann die sie nutzen jetzt ach so ja gut die hab ich noch nicht ich bin irgendwie gehälfte oder so na gut weil ich öfter sag ich gestorben bin einfach ne bin fast dreimal gestiegen okay du hast ja lange durchgehalten ne ja aber extrem lange ne du hast gar nicht viele Tage du du gemacht hast ich weiß das auch gar nicht ich glaub sechs oder so sechs oder sieben Tage waren das da waren schon einige ja ich weiß ärgerlich ist du hast du weiß nicht so so 50 Tage durchgeschafft und du stirbst einfach aus dem Grund du findest kein Essen mehr ja das war ja das Problem eben bei mir ja wo ich grad bin hier finde ich so viel oder bevor ich die Falle gesetzt hatte eben hätte ich erstmal die Nasen braten müssen scheiße echt äh da sind Holzbretter noch mehr ich hab ne Grüßtung gefunden Sauersage ja vielleicht ist das so ein einfach weil du jetzt gestorben bist ein totes Skelett naja so ein totes Skelett aber ja das hatte ich auch erstmal alles holen was du gibst so das da aber konzentriere dich nicht so viel da drauf weil du brauchst das du musst Essen haben wo drauf ich sammel doch ich sammel gerade so viel Essen was ich alles finden kann man kann ja auch die Blumen essen aber das ist nicht viel naja es gibt nicht viel nicht viel ne macht das nicht sogar nur Herzen kannst du ja auch so eine Blumenkrone machen ich bin da Blumenkrone scheiß drauf mit zwei Fackeln sollte ich die Nacht durchkommen ich hab keine Ahnung die hätte ich auch länger am Leben ich hab keine Ahnung ich glaub das du gerade aber auch noch ich weiß es nicht ganz ehrlich Sack komm Holz holen ganz viel Holz oder auch unbedingt was ich brauche sind Steine aber ich kann denn mal ach so mit Tab kann man Kart öffnen alles klar ja hat dir das noch nicht gesagt ne ach so ist auch egal oh du dreckige Truthahn ne also ich grad die Bären am Busch geschnappt ja das ist auch widerlich bis grad da willst du grad hin und dann zack und der Trululu der Trululu mhm ähm ne Spitzsack gebauen ich hab eine gefunden das ist schon mal nice ja bin ich grad auch dabei und na wo ah geil geil mach dir ne zweite Fackel in der Hand und der nimmt sofort die nächste was ist ja geil dass das irgendwie so war okay dann mach ich mir auf jeden Fall immer einen Ersatz Fackel in die Hand Sack, hätte er mit schönes, mal alles abgeben ah das ist ein Stein so hätte er mit meins ich weiß gar nicht wann haben angefangen Centus 1906 ok wird dunkel nein jetzt nicht 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 nimm doch nur das dann nimmst du das noch ein bisschen Holz dann nimmst du das und die sind sauviele Bärenbüsche noch ist das hell genug noch kann dir ja nichts passieren wenn grad man die Sonne runtergeht ja wenn ich sag mal das rote mach ich kurz vor knapp das ist grad auf blau umschaltet dann nämlich erst die Fackeln in der Hand Feuer brauchst du es ja nicht ich mach mir ein Lagerfeuer hin ja ich such gleich mir auch das große Lagerfeuer dann ja ich brauch erstmal Steine ich auch einen hab ich grad gesehen da renne ich auch grad jetzt hin wo ich einfach noch viel zu viel Gras hier finde 36 Gras in Inventar jo ich sammle auch grad so gut wie es geht ich hab 18 Stück meins dann nehm ich gleich ein paar Fackeln ach paar Fallen ich komm gar nicht zum Stein abbauen ne ne weil weil hier einfach viel zu viel Gras, Stöcker und Flint rumliegt oh und so ein Schweinekreis in der Mitte nice das heißt wenn ich den wieder aktiviere dann hab ich Glück und ich bin ja wieder dann in der Welt hast du das nicht eben auch schon gehabt mhm aber ich hatte den zweiten nicht gefunden ich hatte nämlich noch einen achso ich muss aktivieren mhm Touchdown jetzt hab ich einen Speicherpunkt da ist ein Kreis da ist ein Zwerg ein Gnome ne mhm ich sag mir aber nicht was man damit machen kann boah, ich hab richtig Flauers was ist ein Speer ah ich bleib hier warte mal ich setz mal ein Lagerfeuer das kann ich doch hier hinsetzen das Lagerfeuer liegt mhm jetzt kann ich ich setz das auch hier mitten in die Mitte hin ich muss erst mal was essen ein bisschen Blumen waren echt nur fürs Herz ah ja mhm fürs Herzen ich hab mir ne Blumenkrone wieder gemacht ich weiß nicht was das ernsthaft bringen soll dann hast du einen Hut eine Haltbarkeit ne ja ok das sind Glühwöhmchen mhm die bringen die glaube ich wenn du kannst den Glas machen oder sowas ja weiß ich nicht tippe ich jetzt mal die kannst du dir wahrscheinlich auch Lampen machen da ja die halten dann länger als Feuer oder sowas mhm komm die nachein warum längst denn gerade hallo fui weiß das nicht ich hab keine Ahnung weil dann mach ich gleich so ich geh gleich weiter wandern hier ist man so auf Wanderschaft äh fui spiel was denn nicht legen das leck gerade das ist nervig witzig die kann ich denn die Dinger nö die kann ich nicht abbauen warte wenn ich save und quitte ne mhm mhm I say quit dann geh schon nur aus ich mach das mal kurz und stopp gleich mal die Aufnahme vielleicht pusht er sich dann wieder hoch na mal gucken nein ich mach mal das Spiel beenden alles klar dann kann ich direkt hier weiter starten na so gefallen mir wieder die FPS ja cool ich will unbedingt noch mal was anderes finden vom vom holz hacken so hat er mir noch irgendeinen Stein auf der Karte angezeigt mhm ne hat er nicht wie du bist schon wieder tot nein die axt ach so schade tu mich auch tu mich auch ich kann doch so gemein sein und das Bienenhaus wieder kaputt machen das ist eigentlich mhm beim Gloom passiert auch nix wie ein Stück boah wie viel es die hier oben stehen grad ne heftig das ist geil mhm mal alles einsammeln mehr flinst wenn mehr auch lieber oh ja da hab ich nur noch zwei Stück oder ich hab nur noch fünf Stück ich sammle auch grad alles was was ich finden kann ja das Land ist einfach zu geil dafür mhm wie ist das? oh ein Bärenbüsche ohne Ende dann mitten in dieser Wüste überall nur Tiere mhm mhm wieder was essen so was ist ein Schweinekreis meinst du? mhm mhm da sind so viel Schweineköpfe dabei vier Stück? ja hab ich gefunden mhm und dann aktiviert den Stein meine Mitte hab ich schon ja und dann ist ja so ein schwarzer Stein dann ne ja genau ein großer schwarzer Runde Stein ja das ist so ein safe Posten ok ne hey ja zähle das fern